Es gibt so Situationen, da kann man sein Glück kaum fassen. Wie hier, David Becker vom FK Pirmasens mit einer dicken Portion Glück zum 1 zu 0. Der Jubel danach, riesig. Und wir freuen uns mit euch auf eine neue Folge von HiFuck. Glück bedarf es bei unserem Platz 5 keineswegs. Toller Pass durch die Gasse und Wegbergs Stürmer Mark Krefisch mit diesem Lopfer Tor zum 2 zu 0 gegen Fortuna Düsseldorf 2. Ja, das freut nicht nur die Bank von Wegberg Beek, sondern natürlich auch H.P. Baxter. Bei unserem Platz 4 machen wir einen Sprung in die Volleyball-Bundesliga der Männer. Finalserie zwischen Berlin und Friedrichshafen und Sprung ist hier genau das richtige Stichwort. Benjamin Petsch holt diesen Ball aus 3,50 Meter bzw. 4 Metern Höhe runter und legt ihn genau ins gegnerische Feld. Hut ab! Beim Spiel Bayern-Alzenau gegen FSV Frankfurt habe ich eine glückliche und eine unglückliche Nachricht für euch da draußen. Die glückliche ist, Sandro Körber sieht in dieser Szene gegen den FSV Frankfurt nur die gelbe Karte. Die unglückliche ist, dieser Ball flutscht ihm durch die Finger. 2 zu 1 FSV Frankfurt. Erst Glück, dann Unglück. Mit auf dem Trämpchen in dieser Woche der 1. FC Köln. Die U21 der Kölner in persona Joshua Schwirten mit diesem Traumtor zum 5 zu 2 gegen den VfB Homburg. Auch hier Hut ab. Unser Platz 1 in dieser Woche ist nicht nur das schönste Tor, sondern hat auch heilende Wirkung, was die Technik betrifft. So und pünktlich zum Tor von Rödinghausen funktioniert dann auch die Audio-Bidea Simakala mit dem 1 zu 0 für den SV Rödinghausen. Also danke an den SV Rödinghausen und Simakala für dieses wunderschöne Tor und für die technische Unterstützung. Und damit war es das aus dieser Woche. Lasst ein Abo da und schaltet nächste Woche wieder ein für eine neue Folge von Hi5.